Die Karten sind lang. Okay? Ja. Das muss man länger bleiben, dass du hier richtig hier reinschießt den Karten hier rüber. Das ist der nur ein Blick, ja. Da muss ich reinhängen. Oh ja, Gas. Das ist sehr gut. Da muss ich nämlich rein, das ist ein Feuer. Okay. Hier ging es noch ein bisschen später, meine Regenballen. Ich stelle das Flick hier. Und da muss ich nämlich rein, das ist ein Feuer. Das ist eigentlich ein bisschen langsamer die Karten reinfahren. Kann man hier voll fahren? Nö, ja. Das muss man selber wissen. Das muss man selber haben. Ja. Das ist auf der Karte. Dann ist alles zu spät. Ja. Das ist das Böse am Anfang. Ich lecke früher rein da und dann lecke ich jetzt ganz weit. Ja. Okay, ganz eng. Ganz weit rumfahren, ja. Nicht so schnell rüber. Und dann rein. Da ist es dann ganz rüber. Okay. Das ist dann drüber genau. Genau. Ja, ganz weit, ganz weit. Ganz weit, ganz weit. Entschuldigung. Nein, nein. Das ist gut, dass du eine Geschwindigkeit anpasst und dann lenkst du rein, ja. 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 Ja, ich habe ruhig einen vierten Gang gelassen. Ja. Später rein und später rein und dann müssen wir rüber gehen und dann zum Einschießen. So, und dann kannst du hier auffahren, kannst du von hier aus vollkommen gehen. Ja. Wenn du so früh reinkriegst, dann stehst du in der Kurve. Ja. Bisschen wieder so, wenn du da draußen gehst, dann gehst du ruhig noch ein bisschen beruf. Ja. 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 Hier drüber, ganze Strecke, dann gehst du wieder rein, ganz lecker, Feuer. Dann ist der Platz hier, wenn der ist einfach so gut. Dann muss ich noch was sagen, loslassen. Für zu schnell sind es zu schnell rausgefahren, wieder besser fahren, dass wir jetzt Gas geben, rüber. So, hier hinten wieder. So, das ist das Wiener. Ich denke, ich zeige. So, ich bin jetzt fast dabei. Das ist so schön. Das ist so schön. Das heißt, wenn er hier hinten kommt, du gehst dann zusammen nach außen, wenn er hier hinten färben solltet, dann gehst du schon rüber hier. Ja, jetzt gehst du richtig rein, richtig rein, so, Gas, 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 jetzt gehst du jetzt noch, jetzt hast du plötzlich spieler rum hier. Ja, gehst du so rüber, dass du gerade rüber kannst, dann gehst du ein bisschen mehr links rüber. Dann gehst du richtig abrufen, sag, 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 richtig runter, wenn du denkst. Ja, du musst ein bisschen parken, nicht so schnell rüber. Jetzt stehst du hier. Ja, wenn er noch ein bisschen will, dann kannst du richtig bis oben hier rauskommen, das ist jetzt wirklich. Hier vorne rüber, rüber, ein bisschen, wenn er dann runter ist, dann gehst du rein. Jetzt rein, ganz rein. Komm, jetzt gehst du Gas, jetzt gehst du schon Gas geben. Aber du musst ganz rüber, irgendwie so, die ganze Strecke, da musst du oben fahren. Ja, genau, ja. Dann gehst du auch noch nicht so früh rein. Einfach nicht mal hier. Vielleicht gehst du noch ruhig ein bisschen, ja. Ein bisschen rein auf die ersten Verleckung hier. Genau, da, ja. Dann ist es nur zu Gas geben. Jetzt bist du schon Leute runter. Ein bisschen aus der Rennweg gerade hier, auf der Sonne der Kälte. Keine Schellen, aber keine Kraft. Ja, da, ja. Da bist du noch nicht noch� da. Ja, da bist du noch nicht mehr. Ja. Da gibt es zu Gas. Ja, die sind nicht mehr. Da sind vielleicht noch ein bisschen mehr. da sind die da raus. Ja. Dann lass ich mich wegkommen, dann lass ich mich nach hinten reinrollen. So schnell fahren wie der Auto, das ist toll. Hier, mein, dann bleiben wir über der Linie. So, jetzt kommt das. So, dann kommst du ganz drüber hier. Rein, 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 da reicht das, 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 das. Das ist groß und durch. Das ist doch, das ist sofort nach vorne, ne? Du musst nur einen Benauter erreichen. Wenn man da so spät rein kommen, dann ist kein Platz. Wenn man da rein kommt, dann muss man da ganz direkt vorhin rein. Du kannst auch ruhig einen Ferdegang fahren. Von lang rein, wo wir hier sind. Da hast du gar nicht mehr rein zu landen. Das ist halt noch besser. Lauf das rein. Rein, 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 rein. So, weiter... Na ja, ganz, ganz, ganz. Das ist recient, ja. Ja, gut. Dann kannst du eine raticsere Rallye. Dann kannst du stehe rein. Ganz rein. So, Gas, Gas, Gas. Hast du ein bisschen zurück. So, ein bisschen zu rückstum. Dann kannst du ein bisschen zu rückstum. So, jetzt geht es rüber. Das ist der letzte Fischlust. Junge, Junge, Junge! Wir fahren jetzt noch richtig gut ab. Jetzt reisen wir. Jetzt fahren wir noch weiter rein. Siehst du, das ist noch besser, man. Ja, es ist noch nicht nah an der Mauer dran. Als ich den Koran noch feiner bin. Schnell. Ja, das ist rein. Ja, das ist rein. Das ist eben mit der Fischste Weg. Ja, wir werden den Motorradialik. Lange jetzt direkt raus. Die müssen sehr mit der Lehnung raus. Dann fährt der Fischsteweg rein auf. throw in die Schleife raus. Dann legen wir die runter. Dann legen wir die Hand in die Denk Ephraim. Genau, richtig. Bumm, schnell, setzst du das, die Eben. Dann legen wir die Kopfhäfte. Ich muss jetzt rein, 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 das ist jetzt was, das ist. Ich muss in beiden Rollen die mit finden. Immer eine Linie fest, dann gibt es eine Linie. So, jetzt gibt es Gas, sehr gut. Dann gehst du schnell hier rüber. Dann musst du das Frührein abbreiten. Blau auf Lager. Ja, ist gut rein. Ein Radical. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Das ist gut. Ja. Ruhig, jetzt hier eine Lastung. Okay. So, das ist weiterer. Konzentrieren auf der Linie. Gas, 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 Gas. Rücken auf der Probe. Das ist auch gleich, dass wir hierher. Gas, 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 Gas. Dann geht das. Dann geht das. Dann geht das. Dann geht das. Mal in der Denkendlinie. Ja, gut, Gas. Bisschen zu früh rüber. Wir haben da Gas. Ja, das kann der, sehr gut. Dann geht das hier. Einlecken, normal. Das ist auch ein Gas. Das ist das ganze Ding noch. Ja. Nicht so früh, die ist man da. Bisschen warten. Jetzt gehst du rein. Das ist so Gas. Das ist auch mal der Platz. Das ist auch der ganze Deck. Dann gehen wir dann. Das ist schon mal der Platz. Von der DVD. Das ist eine große Luftfahrt. der muss ich nicht fassen. Dann kommen sie zu kurz. Dann sind wir nun reingekriegen. So, und das. Da, so. Da geht mir nicht. Das ist ja nicht. Ich glaube, wir fern ja. Das war krass. Da haben das dalogo-seine reingeschmacht. Aber dann steht da oben. Das war halb Gas! Das war halb Gas! Das war halb Gas! Das war ein Punkt. Ich sehe auch die Dichtung, du spürst das auch, wenn ich es nicht schneller fahre, wenn du genau den Punkt treffst, dann denkst du, woran gebe ich kein Gas, denn die ganze Kurve ist frei von Wecker. Es ist wichtig, dass du von da bis da über diesen Punkt genau treffst. Wenn du so spät reinkommst, dann denkst du in der Kurve und denkst, scheiße, kein Ende mehr, dann kann ich kein Gas geben. Wenn du so spät reinkommst, dann denkst du in der Kurve und denkst, du musst nicht auf dem Gas kommen, keinen Vollgas geben oder sonst was. Du kannst holen, du weißt, dann hier runter, du fielst begangen, dann hast du hier ein Ruhmautor, dann mach mal eine lange Kurve hier, bis zur Kante hier rüber, die ganze Strecke, dann gehen wir hier ein Ruhmautor. Du musst doch wieder rein, dass du hier noch flüssig fällst. Okay, sehr wichtig, also du bleibst nicht so früh hier rein, also wenn du hier reingehst, dann gehst du kurz rein und dann kannst du eben voll langsam rein. Wenn du so früh reingehst, dann hängst du so lange der Kurve und dann wirst du auch ein bisschen später hier reingelenkt, genau gepasst, bumm, dann hast du viel, das geht viel einfacher. Ja, und wenn du so früh rein, dann musst du so ein Teil abwachsen, ne? Und das ist so klein, die Karriere, wenn du diesen Fluss da nicht hast, dann hast du keine gute Seiten. Und wenn es klappt, dann bist du wirklich schnell. Von allem auf so schnelle Kurve, wo plötzlich der Platz rausgehen, auch zum Beispiel hier, ist es besser, dass du hinter hinten oder dritteln fährst, als in der Mitte. Ja. Weil am Anfang her so rutschen oder übersteuern, dann hast du immer so viel mehr Platz hier so retten. Hier, du weißt ja, weit raus für zwei Räder hier, dann hängst du da hinten rein, ne? Ja. Hier auf den Hänner, ganz rein hier, wo die Körpers ist, vielleicht so dran, richtig einspeisen, richtig einlegen, und am Tag her hast du so viel Platz, ne? Guck, raus gehe, ob er so fährt oder so ist, wurscht, weil du da Platz hier unten fährst, in dieser Spielerei. Und es ist sehr wichtig, dass dieser Teil da da, dieser Punkt, da genau in den Köpfen geht ab. Aber hier ist auch sehr gut geworden, hier und so hier rum, und dann links im Leibrad rein, ein bisschen früher rein, und du kannst auch ein bisschen über Körpers fahren, aber du kannst auch nicht über Körpers fühlen hier, und schnell umblicken, wenn du schnell gerät aus Staten, dann kannst du nämlich ganz gerne.